ja moin moin und meddle meine lieben freunde heute gibt es mal ein thema abseits von reiner ich habe ja auch ab und zu schon mal andere videos gemacht zum beispiel habe ich mal über skybro gesprochen als er so um sich geschmissen hat mit diesen ansagen aber heute wollte ich mal mit euch über zwei leute sprechen die mir in der letzten zeit ziemlich gegen den strich gegangen sind und ich möchte die reichweite hier mal nutzen um auf diese missstände von diesen leuten mal aufmerksam zu machen in zukunft wird es auf diesem kanal also nicht nur ausschließlich reiner content geben sondern ich werde auch mal über andere leute sprechen vielleicht auch mal ein video über frau bachmann oder so weiter denn wenn reiner weiterhin inaktiv bleibt dann gerät er halt irgendwann in vergessenheit und das ist wahrscheinlich auch das beste bevor wir jetzt gleich aber loslegen weil ja im moment die große bannwelle rumrollt und viele kanäle ja schon gebannt wurden die sich mit dem drachenlord beschäftigt haben werde ich meine ganzen kanäle auch noch mal unter dem video verlinken ich fände es natürlich super wenn ihr mich da auch abonnieren würdet zum beispiel bei ofi und die welt was mein zweitkanal im moment ja ist oder auch auf meinem twitch channel der im moment halt noch nicht bespielt wird oder auf meinem odyssey kanal der im moment hier diesen kanal spiegelt und auch auf meinem tik tok kanal ich habe diese ganzen kanäle falls dieser kanal hier mal irgendwann gesperrt werden sollte so wie das ja einigen anderen im drachengemen schon passiert ist könnt ihr mich wenigstens so noch weiter verfolgen und dann werde ich natürlich auf irgendeiner anderen plattform weitermachen daher wäre natürlich super wenn ihr mir auf den anderen plattformen auch ein abo da lasst und noch ein hinweis bevor wir jetzt mit dem jetzigen video anfangen das wird jetzt schon kein schönes video werden da bin ich mir schon ziemlich sicher denn diese beiden streamer sind im internet schon lange aufgefallen weil sie zum beispiel tiere gequält haben im stream das ist etwas was nicht jeder ab kann von daher will ich das als vorwarnung schon mal gleich sagen ich werde videos oder bilder wenn ich die hier einblende natürlich nicht ungefiltert einblenden aber ich möchte schon dass ihr aber versteht was teilweise auf twitch zum beispiel abgeht bei diesen streamern aber damit natürlich auch nicht genug wir haben auch noch die übelsten rassistischen beleidigungen dabei bei dem einen streamer und zum beispiel auch bei dem anderen gewalt gegen die eigene mutter und darüber will ich jetzt mal sprechen vor allem auch wenn jetzt gegen beide ermittelt wurde oder ermittelt wird einer der beiden stream weiterhin fröhlich weiter auf twitch mit 15.000 abos und da frage ich mich halt wirklich was irgendwie hier falsch läuft nicht nur auf twitch sondern jetzt generell in dieser gesellschaft wenn so sachen wie tierquälerei und halt dieser stumpfe rassismus im live stream gefeiert werden ich werde auch versuchen ein paar timestamps einzufügen damit ihr die ekligen sachen die ich dann erzählen werde auch überspringen könnt wenn ihr euch das nicht anhören möchtet aber ich finde über sowas muss halt mal gesprochen werden denn das sind hundertprozentig nicht die einzigen streamer die sowas machen und was mich halt auch mega entsetzt hat sind die reaktion der communities der streamer denn bei vielen videos hört man im hintergrund das lachen der leute die mit im voice chat sind und da fragt man sich wirklich was hier falsch läuft aber okay wir fangen erst mal an eins nach dem anderen wir fangen mal an mit dem streamer gamer link rgb wir werden uns hier gleich mal ein paar videos anschauen welche zum beispiel auch von montag geteilt worden sind um darauf aufmerksam zu machen das erste mal habe ich dann auch von dem gehört als er so durch die sozialen medien gegeistert ist weil er seine mutter geschlagen hat in einem live call im discord ich werde euch mal die tonspur einspielen denn darüber möchte ich gleich noch mal mit euch reden warum gibt es denn jetzt der letzte kabel einmal noch gibt denn das mal gibt denn das mal die pizza einmal Mein Gott! Komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! Oh mein Gott! Ich darf nicht von dir nicht schlagen mehr! Oh! 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 Digga, was geht da ab? Oh! Was geht da ab? Wir hören hier die Mutter, wie sie sagt, sie lässt sich nicht mehr von dem Typen schlagen. Und das Schlimme an der Geschichte ist, dass man hier einen Familienstreit sieht und mithört, der halt eskaliert, wo sich Mutter und Sohn gegenseitig schlagen und der Discord-Call sich darüber komplett kaputt lacht und ihn so motiviert weiterzumachen. Er hat während dieser Aktion die ganze Zeit sein Headset auf, hört also, dass über seine Aktion gelacht wird und grinst dann dabei auch noch, bis seine Mutter sich halt wehrt, zurückschlägt, sie dann noch sagt, sie lässt sich nicht mehr von ihm schlagen und daraufhin schlägt er dann wieder seine Mutter. Man sieht in diesem Clip nicht, was es jetzt ausgelöst hat, aber das Verhalten der Leute im Voice-Chat, mehr als 10 Leute, die sich das anhören und anschauen und nicht einer ist dabei, der mal sagt, ey Junge hör auf mit der Scheiße, sondern es wird nur gelacht, was ihn dann natürlich noch mehr motiviert weiterzumachen, weil er die Aufmerksamkeit für seine Taten dadurch natürlich bekommen möchte. Okay, dann kommen wir mal zu seiner Katze und ich muss jetzt gleich eine Warnung vorab geben, nun wird es noch schlimmer. Der User hat in einem seiner Videos seine Katze geschlagen. Ich versuche das gleich nochmal leicht verpixelt reinzugeben mit ins Video, damit ihr das auch sehen könnt, was da wirklich passiert und euch selber ein Bild davon machen könnt. Ich möchte halt auch belegen, was jetzt hier gesagt wird von mir. Der Streamer Crowey hat sich dann im November, also vor knapp einem Monat, dann auch mit dem Gamerlink-AGB in einem Stream getroffen und er hat ihm dann Fragen gestellt, was er denn dazu sagt und wieso er sowas macht. Er meinte dann, es lag an seinen Medikamenten, die er nehmen musste und wir schauen auch mal in den Clip rein. Hast du, hast du, also man merkt ja okay, da läuft was nicht so ganz richtig. Du hast gesagt, du hast ADHS und was hast du noch? Asperger-Autismus. Asperger-Autismus. Okay, hast du da mal irgendwie eine Therapie oder was in die Richtung gemacht oder die Hilfe gesucht? Ich habe elf Jahre lang Medikamente genommen, wodurch ich ultra Nebenwirkungen bekommen habe. Okay, und die nimmst du aktuell immer noch oder hast du die jetzt abgesetzt? Die habe ich vor einem Monat abgesetzt, seitdem bin ich viel ruhiger. Okay, und wie lange sind die Clips dann her? Die Clips sind über ein halbes Jahr her. Ich bin selber kein Mediziner und ich will hier nichts Falsches unterstellen. Aber wir kommen gleich nochmal auf den Punkt, warum ich ihm das nicht glaube. Zuerst sprechen wir aber nochmal weiter über die Katze. Er hat die Katze geschlagen und er soll, ich sage ganz klar soll, die Katze dann auch getötet haben. Es gibt zwei Videos, über die ich hier noch einmal sprechen möchte, aber natürlich nicht einblenden werde. Zum einen ein Video, wo er die Katze auf seinem Schoß liegen hat. Die Katze ist dort stark am Bluten mit einer großen offenen Wunde am Rücken. Er streichelt sie und sie zuckt noch leicht mit den Ohren. Aber man sieht anhand der Verletzung, dass die Katze, falls sie zu diesem Zeitpunkt noch lebte, kurz vor dem Tod war. Das zweite Video ist ein Video, wo er einen Hautlappen in der Hand hält, sich im Discord Voice Call damit irgendwelchen Leuten beleidigt und GamerLink RGB dann diesen Hautlappen aufisst. Dieser Hautlappen soll das fehlende Stück aus dem Rücken der Katze gewesen sein. Man sieht es auch in dem Video, weil er das Stückchen Haut in die Kamera hält. Und wenn ihr mich fragt, das sieht tatsächlich so aus, als wenn das passen könnte, dass das von der Katze kommt. Vielleicht habt ihr dieses Video selber auch schon gesehen. Es ging auch auf Twitter rum, aber ist von vielen wieder gelöscht worden in der Zwischenzeit. Ich muss da wirklich ganz ehrlich mal was zu sagen. Ich bin ja auch mit dem Internet groß geworden. Ich hatte seit Mitte der 90er Zugriff aufs Internet und ich habe auch schon allen möglichen Mist gesehen. Aber sowas verschlägt einem echt nochmal die Sprache. Solche Leute dürfen meiner Meinung nach nicht mehr frei rumlaufen, weil sie eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen. Es gab dann noch ein Gespräch mit Freunden von ihm und die haben dann auch bestätigt, dass die Katze wohl gestorben sei. Auch wenn GamerLink RGB immer meint, die Katze ist nur gerade draußen und er könnte sie jetzt gerade nicht zeigen. Kommen wir nochmal zu dem Gespräch mit Crowey und warum ich der Meinung bin, dass seine Taten nicht an seinen Medikamenten liegen. Wie gesagt, das ist nur meine Einschätzung. Ich bin ja kein Arzt, aber wir schauen mal in den Clip rein, wo er meint, er ist nun viel ruhiger und quasi ein anderer Mensch, weil er ja die Medikamente nun abgesetzt hat. Freut mich, dass ihr reinschaut, Freunde. Ist wirklich ein interessantes Thema gerade. Also anscheinend, das sind so viele Widersprüche. Wir wollen aber mal die Bestätigung haben. Sehr saspisch ist alles. Ja, ich kümmere mich darum. Und danke für die Follows hier. Ja, das muss man ja auch mal diese Zeit haben, weißt du. Man muss ja auch mit der Mutter erst mal reden und so. Aber das mit der Katze wäre schon wichtig. Ja, netz, ich rede ja gerade mit ihm. Genauso Tierquillerei. Ich habe selber Haustiere, weißt du. Und ich glaube, ich würde bei Tieren niemals was antun. Ich glaube, das können auch die meisten Leute so im Chat unterschreiben. So, keine Ahnung. Also zeig einfach die Katze, weil ich mute das auch nicht zu, wenn ich ehrlich bin. Du bist eigentlich ganz nett. Ich habe dich auch privat kennengelernt. Es war eigentlich alles ganz okay. Und ja, zeig einfach die Katze morgen. Ja, nicht nur die Katze, auch die Medikamente. Weil das muss erst mal gerechtfertigt sein, dass ein Medikament einen so in die Birne pfeffert, dass man deswegen seine Katze schlägt. Und ich glaube nicht, dass das leicht möglich ist. In die Birne pfeffert. Genau. Also ich habe das Gefühl, du findest das Thema eigentlich sehr, sehr witzig. Ja, tue ich auch. Ich mache mich eigentlich über die komplette Community gerade absolut lustig. Okay. Ich finde das sehr... Darf ich dazu mal was sagen? Ich finde das fucking amüsant, Alter. Ich bin hier gerade auf meinem iPhone. Hör mir das einfach an. Guck mir den Chat an. Freue mir den Keks. Gehe gleich wichsen. Fertig. Hier sieht man ja ganz klar, er zeigt keine Reue. Er zeigt keine Einsicht, dass man was Falsches gemacht hat. Er findet das lustig. Sieht das Ganze halt null ernst und lacht da quasi drüber. Und da bin ich halt der Meinung, es ist wichtig, dass sowas in der Öffentlichkeit geteilt wird und darauf aufmerksam gemacht wird, wie sich die Leute da im Discord zum Beispiel verhalten, wenn er sowas abzieht und ihn quasi abfeiert. Es wurden dann auch tatsächlich Leute gefunden, die mit ihm im Discord waren und die ihn dann quasi noch verteidigt haben, so nach dem Motto, hack doch nicht auf den Jungen rum, der braucht halt eher Hilfe. Wo ich mir dann aber auch die Frage stelle, wieso haben diese Leute die Hilfe nicht angeleiert, als sie das live gesehen haben und dabei waren und sind jetzt erst kräftig am Rudern, als jetzt das Video die großen Wellen geschlagen hat. Dieses Video mit der Katze zum Beispiel soll ungefähr ein halbes Jahr alt sein schon. Alles in allem wirklich eine sehr kranke Story. Natürlich wurde dann als Ende November das große Wellen geschlagen hat auch die Polizei informiert und die hat ihre Ermittlungen auch aufgenommen und da einmal meinen Respekt. Die sind dem wirklich nachgegangen, haben Leute auf Twitter angeschrieben, bezüglich Infos und Videos und wie man in den lokalen Zeitungen aus der Region, wo der Täter herkommt, dann auch erfahren hat, sind nun auch alle Zahnräder am Laufen, was Familienamt, Veterinäramt und Polizei angeht. Ich lese euch das mal einmal vor aus dem Zeitungsartikel. Zitat Zitat Ende Und das fand ich dann doch schon sehr krass, dass dieser Typ schon 2021 auffällig war und nichts passiert ist. Zum Beispiel, dass man jemand, der gegen das Tierschutzgesetz verstößt, die Tiere wegnimmt, um diese zu schützen. Ich bin ja selber kein Jurist, aber wenn es schon 2021 Vorfälle gab, dann hätte man meiner Meinung nach dort auch schon handeln können, damit in 2022 dieser Vorfall mit seiner Katze halt nicht mehr passiert. Gerüchten zufolge soll der Typ dann auch nochmal Besuch bekommen haben und verdroschen worden sein, aber das kann ich nicht bestätigen, das sind halt nur Gerüchte, die rumgeistern im Internet. Auf jeden Fall hoffe ich mal ganz inständig, dass dieser Typ Hilfe bekommt und nicht mehr ins Internet geht und sich da präsentiert, um für seinen Geltungsdrang solche Sachen dann abziehen zu müssen, wie zum Beispiel diese Tiere zu quälen. Okay, ich wollte ja auch noch über einen zweiten Streamer sprechen. Es gibt nämlich noch einen Streamer, der über Jahre schon aktiv ist, vor Jahren ebenfalls seine Katze gequält hat, rassistische Aussagen macht, die maximal schlimm sind und der fröhlich auf Twitch weiterstreamt und 15.000 Follower hat. Und scheinbar stört sich da kaum einer dran. So wie ich das jetzt mitbekommen habe, gibt es um ihn auch ein Game, aber da bin ich weder aktiv noch weiß ich da jetzt viel drüber. Ich habe mir meine Infos jetzt einfach aus dem Internet gesucht und mich da ein bisschen schlau gemacht. Und ich will euch jetzt einmal einblenden, wie der Typ mit seiner Katze umgeht. Dazu zeige ich euch einmal zwei Clips. Ich mach diese Katze kaputt, wie eine kleine Packung Papier, Alter. Ohne Spaß, ohne Spaß. Ich mach die Katze kaputt. Sollte rumhauen. Kommt diese Katze noch einmal in mein Gesicht. Die hat meine Tochter fast Auge weggemacht. Hat gekratzt Auge. Ich mach diese Katze so weg, Jungs. Ich muss noch drei Schotze. Ich mach drei Schotze. Jungs. Man merkt, wie der Typ scheinbar angetrunken ist. Aber nach dieser ersten Geschichte mit der Katze gerade eben und an diesem Typen hier zu sehen, der seine Katze auch wie Dreck behandelt, frage ich mich einfach ganz ehrlich, was ist denn bitte schön los mit diesen Streamern? Also ernsthaft, sind wir denn so tief gesunken, dass man Tiere schlagen, werfen oder gar skalpieren muss, um Aufmerksamkeit zu bekommen, weil man die sonst im Leben nicht bekommt? Wirklich, da fehlen mir die Worte bei sowas. Und als wenn das noch nicht genug ist, ist dieser Typ auch noch offen rechtsradikal und hetzt gegen Schwarze. Es gibt da sehr viele Ausschnitte von. Ich werde mal versuchen, ein paar davon einzublenden mit wahrscheinlich sehr vielen Piepsern da drin. Okay, aber wer will... Ich will gar nichts. Bist du ein Rassist? Okay. Aber warum bin ich gegen... Mä, mä. Mä, sind für mich Affen. Monkeys. Ich kann besorgen sein, wie ich will, aber Digga, wenn ich für das deutsche Volk spreche... Ich will Deutschland im Deutschen. Der Volk eine irre. Sieg, mä, Deutschland. Sieg, mä, Deutschland. Ich meine, ihr kennt mich. Ich bin kein Psychologe oder sonst was. Aber ich sage euch hier mal meine Meinung. Für solche Leute, die sich so verhalten im Internet, sollte es eine Internetsperre geben. So wie man auch einen Führerschein verlieren kann, wenn man nicht in der Lage ist, ein PKW zu führen oder eine Gefahr darstellt für den Straßenverkehr, so sollte man auch den Internetzugang verlieren können, wenn man eine Gefahr darstellt, weil man zum Beispiel Katzen im Stream umherwirft, um Aufmerksamkeit und Fame zu bekommen. Versteht mich nicht falsch. Ich bin selber recht liberal und bin meist gegen zu starken Eingriff vom Staat aufgrund von Meinungsfreiheit und einer gewissen Selbstbestimmung jedes Menschen. Aber sowas sollte konsequent bestraft werden können in einer Form, dass so etwas nicht mehr vorkommen kann. Aber wir sind ja noch nicht beim Ende. Neben dem Rassismus und der Tierquälerei ist das noch nicht alles, denn er beschimpft noch Leute auch im Voice-Chat damit, dass er hofft, dass die Mutter und Töchter des Chatteilnehmers sexuell missbraucht werden. Dazu sei es zu sagen, dass der Typ selber Familienvater ist und dann sagt er sowas. Wirklich, da fehlen einem die Worte. Aber wir sind immer noch nicht am Ende. Denn dazu kommen auch noch Beleidigungen gegenüber anderen Religionen, wie zum Beispiel gegen Moslems. Wir haben hier also wirklich die volle Palette, die dieser Typ abfeuert. Und das Schlimmste, wirklich das Allerschlimmste an diesem Typen ist, dass er sich jetzt im Nachhinein als Opfer darstellt. Er wird ja nur falsch verstanden und wenn er ein bisschen Geld hat, geht er mit seinem Anwalt gegen alle vor, die ihm was unterstellen und gegen die, die ihn gedoxt haben und und und. Mich hier dumm zu machen, meinen Stream zu zerstören. Ja, meldet den alle, bitte Jungs, bitte, bitte meldet den. Meldet die Sau. Das ist auch der, der mich damals gedoxt hat, Digga. Ich muss da was gegen machen. Hab da noch einige Screenshots, wo er auch zugegeben hat, dass er mich gedoxt hat und so. Wer das zur Anzeige bringt, sollte eigentlich reichen. Klar, ich meine, doxen ist natürlich eine Scheißsache, verstehe ich ja selber. Aber genau wie es bei Rainer ja ist, gibt es ja auch einen Grund für eine Reaktion von Hatern, Hackern oder Leuten, die ihn doxen. Die machen das nicht einfach nur so aus Spaß, sondern weil er sich so verhält, wie er sich verhält und dann eine Reaktion auf seine Aktion kommt. Und anstatt dann zu sagen, hey, ich habe Scheiße gebaut. Ich entschuldige mich dafür und das wird nicht mehr vorkommen, sagt er. Alle, die mich nerven, bekommen nochmal demnächst Post vom Anwalt. Und das erinnert halt auch so extrem an Rainer, der niemals Fehler selber einsieht und sagt, lasst mich doch einfach mein Ding machen, egal wie asozial und unmenschlich ich mich verhalte. Ihr könnt sie einfach ausmachen. Und dass er dann zum Beispiel von Hackern wie Nella, ihr Profil verlinke ich auch mal unter dem Video, dann natürlich ordentlich Druck abbekommt, weil sich solche Leute auf die Fahnen geschrieben haben, dagegen vorzugehen und da was zu machen, finde ich absolut richtig. Wenn ihr mich fragt, solltet ihr auch solche Leute auf Twitch oder sonst wo melden, wenn ihr die seht. Es gibt wahrscheinlich noch tausende mehr, die solche Sachen im Internet verbreiten, aber diese beiden Typen sind mir jetzt gerade in der letzten Zeit und in den letzten Wochen unter die Augen gekommen und da wollte ich euch mal drauf aufmerksam machen. Selbstverständlich verlinke ich euch auch unter dem Video mal den Link zu dem Twitch-Kanal von dem zweiten Streamer, der früher Peter Griffin hieß und sich dann irgendwann auf geil zocken umbenannt hat. Ich verlinke euch das, dass ihr euch auch ein eigenes Bild von dem Streamer machen könnt und wenn ihr der Meinung seid, dass seine Ausraster nicht in Ordnung sind, ihr den Kanal natürlich auch melden könnt. So, das soll es für dieses Video auch gewesen sein. Ich weiß, das war sehr harter Tobak heute, aber mir ist es wichtig, sowas auch mal anzusprechen, damit solche Leute nicht noch Zuspruch in ihren Videos und Streams bekommen. Schreibt gerne auch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr noch weitergehende Infos zu den beiden Fällen habt, denn das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ansonsten sage ich dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video sage ich Metal auf meine Freunde. Schreibt gerne. Schreibt gerne. Schreibt gerne. Schreibt gerne. Schreibt gerne. Schreibt gerne. Schreibt gerne.